Hallo und herzlich willkommen zurück, äh, wieder bei Let's Play League of Legends mit Maxi und mit mir. Hallo! Hi! So, wieder haben wir, ähm, Varus und Malphite auf der Lane. Äh, das war ja so ein ganz gutes Team, ging ja richtig ab. Leider diesmal ohne Delta, äh, aber, naja, was soll's. Why not mal Solo? Weil du Philippa ist. Äh, einfach so. So. Ja. Weil Poppy hochgegangen ist. Ja, Poppy, Poppy hat eben nämlich geschrieben, dass sie Solo möchte. Von mir aus. Ja. So. Oh, Timo hat kleine Hörchen. Okay. Der tanzt ja mal schwul. So viele drehen sich einfach nur stumpf. Ja, ich tanzt jetzt mit meinem Bogen, weil ich hab keine Freunde. Alles klar. Mein Gott, labert doch nicht. Mein Gott, labert doch nicht. Nö. Warum nicht Malph solo? Warum beschützt ihr nicht? Das ist doch so, wenn wir diese, die in den Pool brauchen sind, sollen sie nicht junglen gehen, wenn sie es nicht können. Ja. Da ist ein Varus. Hammergeil, dann lass ihn mal ganken. Was macht der denn da, der, der verrückte? So muss eine Runde anfangen. Geil. Der verreckt doch jetzt noch. Ja, da so nennt, das nennt man nochmal guten Rundenstart, oder nicht? Hörst du mich? Ich hör dich, ja. Okay. Alles klar. Ich hör mich eigentlich jetzt wieder anders an in letzter Zeit, seit nem Tag oder so. Nö. Weil ich hab bei Mikrofon nochmal ein bisschen runtergestellt, weil ich bei Trine ein bisschen laut bin. Okay. Nö, nö. Alles in Ordnung. Es hört sich an, als wenn ich die alle anschrei, so. Das war so. Das weiß ich noch. Das hast du gemacht. Nö, nö, nö. Ganz normal. Gute Lautstärke. Kaufst du dir bald ein neues Headset? Ja, bestimmt. Irgendwann. Mann, geil. Na, noch geht das mit dem Ohr. Ja, ich hab schon im, ähm, neuesten Orx Must Die Part gesagt, dass ich mir ja in den nächsten Wochen oder in so einem Monat ein neues, äh, einen neuen Bildschirm kaufen möchte, dann den 24, 5, nee, warte. Äh, 27 Zoller? 24 Zoller. Ja, ja, genau. 27 ist ein bisschen groß, ne? Ja, ja. Ja, und ne komische Auflösung. 27. Oh, jetzt haben die da einen Ward drin. Ja, dass die einen Healer haben, nervt mich. Ja. Was haben die denn alles? Die haben einmal AD, 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 ja, okay. Fall auf AD. Ich hab auch so ein bisschen Angst vor dem Jungler. Da ist er. Gut, dass ich mir zwei Kills vorgelegt hab. Richtig. Oh, dein Bogen ist zerbrochen. Fuck. Okay. Alter. Oh, der nervt. Der nervt. Jupp. Oh, was geht denn? Denn der Heiler nervt Hm Oh, Hammer Toll, jetzt kommt er auch noch weg, oder was? Hammer Ich bin so doof Ich bin so doof Ja, Hammer Ich hasse Jungler so Unser Jungler hängt in der Mitte rum? Ja, hallo! Oh, ich Ja, mhm Ach, Mann Wir sollten ein bisschen vorsichtiger spielen Aber ist ja auch scheiße gegen so einen Spiegel zu spielen dann Ja, Spiegel, der dann noch geheilt wird und Stunner auf der Line hat Und ich weiß nicht warum auch schon wieder mehr Angriffsstärke hat Deutlich mehr Hm Runen Runen Ja, ich habe auch AD Runen Alles auf AD? Ja, ja Ja Mh 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 Ich kann verlangsamen und... Ja, so verwandeln, ne. Aber nicht wirklich heilen oder... Ne. Ich steh nur im Boschbomb, Mama. Hast du mir mein Schild zerlegt? Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ulti. Jetzt zerlegt er mir wieder mein Schild. Ich hab Angst vorm Jungler. Ich muss mal zurückbleiben. Wir fahren einfach mal einen Tower zurück oder so. Joa. Oh lol! Wo kommt der denn jetzt her? Man weiß es nicht. What? Hm. Ich hätte Teleport bestimmt, oder? Ich nicht, ne. Ne, Nasus. Ach so. Ja. Ach so. Ach so. Aha. Hm. Nenn sie mein. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Wird ne schwere Runde. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich glaube, ja Der scheiß Heiler Keine Sau kommt zum Ganken, das finde ich auch so scheiße Ah, doch nicht Ja, der hat Wards ohne Ende sich gekauft Jetzt immer noch eins Ja, Ward hat hier glaube ich aussitzt mich alles Ja Und heilt dein scheiß Varus Okay Ich mach keinen Schaden Ja, wieder voll So was finde ich gar meldig Brauch ich ihn gar nicht angreifen, ja Müssen wir halt warten bis die Laning Phase so vorbei ist Ich find mal ein bisschen Geld Du hast AP Run, äh AD Run Weil ich habe 80 und du 84 Angriff Und ich hab keine AD Run Ja Also irgendwie hast du aber voll verkauft Ich krieg Was ist denn das? Ja Normal Attacks, du... 17 wahrscheinlich 17 hast du plus, ich habe plus 0 Ja Wow Okay Plus 17 durch Wuruhn, Hammer Da hat Varus aber nicht viel Angriff 64 Grundschaden hat er Mhm Ne 64? Ja Äh 67 67 Ja Hallo Wie bitte? Hä? Oh, töte ihn bitte Ne Ja, heal dich noch Keine Chance Weiger kommt Ja Das Schwein komm ich jetzt töte mir Aber einmal Dornpanzer kaufe ich mir und das war's Stimmt man sollte ich jetzt nicht hier Dinge ziehen Wo ist es denn da? Defend? Ah, der wäre eh geworden, hier scheiße Ach, hätte ich mal shoppen können Ach, jetzt ist unser Jungler auf der Lane oder was? Okay Und krieg ganz schön auf die Fresse Ach, okay Team hat ein Ei gelegt Hammergeil Hast du ein Brat mitgebracht? Nee Ich hab mir gleich gegangt Lass mal einen Tower legen Hm